und beim leite herz willkommen zurück zu pokémon schwarz 2 blind in der freak challenge letztes mal haben wir so ein bisschen unsere pokémons trainiert und ich habe auch offscreen noch ein bisschen weiter trainiert die sind jetzt alle auf level 50 hier stinger greenhorn mussten natürlich noch nachziehen broccoloss müsste auch noch ein level aufsteigen ich beide glauben die auch ich verwechsel das immer das dinge wollte noch knirscher lernt das habe ich aber nicht beigebracht auch wenn knirscher stärke ist als nachtheap knirscher 80 aber nachtheap hat eine hohe volltrefferquote und zusammen mit seiner fähigkeit super schütze welche den schaden von volltreffern steigt steigen lässt wenn ich ja der nachtheap taktisch ein bisschen sinnvoller über ich glaube ein volltreffer macht da nicht doppelt so viel schaden soll irgendwie dreimal so viel schaden so ist es mir zumindest vorgekommen ja und heute werden wir in die arena rein stürmen ja ein trainer haben hier drin glaube ich schon gemacht das sollte der hier nebenan sein der nette herr da oben ja hast du noch was zu sagen zu deiner niederlage wenn zwei blätter aneinander stoßen hält das blatt an das sich zuvor bewegt hat das zuvor reglose blatt fängt an sich zu bewegen ja das haben wir schon gehört zwar noch jetzt einmal weitergehen hat haben ja es ist das blatt dort dritten weg aber das wollen wir auch gar nicht sieht schon schön aus hier hier könnte ich eigentlich auch bleiben hier kann ich nicht so diese insel da ein bisschen ferien machen bestimmt keinem auf ist nicht darum schille okay dann müssen wir wohl daran lassen wir lassen das ding mal kämpfen so wie sagt man noch gleich wer rastet der rostet das soll eigentlich immer fleißig weiterkämpfe werde ich irgendwann bestimmt stärker das ist durchaus richtig meine liebe aber dass die rechnung ohne mich gemacht barbara ein mamo liga mit den kampf geschickt ok ja sollte wir eigentlich packen mal wieder dürfte nichts können dass uns ansatzweise gefährlich wird daher mal den gift sagen so dass man zu vergiften leider nix leider nix jetzt werden wir zum typ fasse ok ja gut ich mache trotzdem gibt seine als würde leider weniger schaden machen weil wir kein step mehr kriegen aber passt schon es will einfach nicht vergiftet werden ob er jetzt mit einer wasser jetzt gemacht bodyguard hat er gemacht ne oh nee jetzt kommt noch wunsch trauen machen wir mal nach tipp das muss schneller gehen es ist fehlgeschlagen wüsste nein ach so er sollte noch mal wunsch trauen dann können wir es bestimmt schnell erledigen her kommt den wunsch trauen lasse ich dir noch es heißt ich habe die ganze zeit kommen machen wir eigentlich noch ein bisschen weiter klar wird stört ja kein stört doch keinen noch einmal dann haben wir einen dreifachen angriff das ist doch wunderprächtig so jetzt machen wir im volltreffer dann habe ich den sechsfachen schaden na das klingt doch gut wenn ich den sechsfachen den neunfachen schaden aber ist leider kein vor allem reicht das nicht oder das ganz knapp nicht die hälfte natürlich aber jetzt werde ich es erledigen es zieht sich unheimlich dieser kampf tja komm noch mal pam und tschüss alter weil ich verloren habe lasse ich mich nicht gleich unterkriegen es ist mir sowas von egal schätzchen erzähl das jemandem anderen was ist hier ach so da komme ich ja wieder zurück hör das doch praktisch lass mich mal hier durch okay ein brückchen schön okay damit trainer da möchte ich eigentlich gerne mitnehmen da ist ein sehr wohl das können wir aber in zwei richtungen verschieben frage ist wollen wir das dann nach rechts verschieben ja wenn wir nicht gegen den trainer kämpfen wollen dann schon aber ich will gegen kämpfen also kommt erstmal nach unten dann hier nach rechts und dürfte das dagegen klatschen haben und dann können wir dich herausfordern hallöchen du nimmst die extra zeit um gegen mich zu kämpfen das freut mich dann lege ich mich ganz besonders ins zeug damit du auf deine kosten kommst das ist äußerst nett von dir aber ich würde es begrüßen mit einfach schnell sterben würdest denn ja das wird doch ein bisschen besser gefallen war der reiser fett fett auf jeden fall wortwörtlich ja stinger kannst du was dagegen ausrichten ist ein fettes viel also vergiftung wäre haben wir heißen meine ich will er nicht wirklich okay angeberei na wenn das mal kein fehler auf dem diable racer könnte jetzt nämlich einfach hier ich habe nur eine persen wäre ja egal ich gebe jetzt eine persen wäre sage ich sag da ist die verwirrung weg eis zahn okay alles gut und dann machen wir mal den nachtheb und gucken wie viel schaden das macht bam oh ja das ist doch mal schöner schaden vielen dank für deine unterstützung war reiser freut mich sehr noch mal den letzten nachtheb und tschüss da das gibt doch bestimmt dick erfahrungspunkte so dick wie das wie es nur ordentlich aber du hast mir einfach hoch als überlegen unglaublich wie talentiert du bist auch du schmeichelst mir aber da hast du natürlich schon irgendwie recht ne das ist die frage wie komme ich hier rüber jetzt auf mir das jetzt verbaut ach nee guck mal was ist das da drüben alles klärchen ich checken haben wir noch ein paar trainer okay dann kommen wir an hier ich habe alle meine kämpfe im nachhinein knallhart analysiert jeden triumphalen sieg und jede klägliche niederlage traust du dir trotzdem zugänglich zu gewinnen ja irgendwie schon weil wenn nicht dann wäre das ziemlich kacke da meine pokémon dann gestorben wären das hätte ich nicht allzu geil und pelippe das kommt eben scheiß pelippe hier ich hasse die fiecher das nerven so krocken hässlich und nerven nur aber es war auch an den kleinen wetzer blablabla und erhortet okay war meine giftzahn horte finde ich jetzt auch nicht gerade so geil aber es vergiftet nice schwer vergiftet dann kannst du dich von mir aus dumm und dämlich horten das gift wird dir trotzdem schaden machen dann mache ich jetzt mal einen kleinen wetzer noch mal schön in aller ruhe das kommt der verzehrer da bringt jetzt auch nicht mehr viel das gibt die immer mehr schaden macht da können wir eigentlich weiter klein wird es kommt ja noch ein pokémon nachher das können wir dann one hitten das stimmt auch ganz praktisch und erhortet vor allem ja das kann er gerne machen noch einmal klein wird es mache ich dann habe ich drauf dann ist mir alles wurscht fessel ja das hat aber nicht schlecht schaden gemacht muss ich zugeben aber du hast keine chance mein liebes pelipper nice nice so dann kommt jetzt ein weilort ja machen wir definitiv weiter ob wir ein weilort one hitten können mal gucken bin gespannt diese kp aber ja wir haben es gewonnen hat es nice noch so ein dickes ding und wir reichen level 51 wonder bear jetzt muss ich erstmal auf mein pokémon setzen und darüber nachdenken wie es zu dieser blatten hasche kommen konnte ich glaube ich habe den ersten nebensatz nicht richtig vorgelegt aber egal der klang irgendwie komisch nein nicht schaufeln das mache ich immer so ich drücke immer auf schaufeln wenn ich das tauschen möchte wir könnten nach oben was uns absolut nichts bringt dann gehen wir wohl da nach links plop 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 okay ähm hm dann machen wir das so habe ich gerade beschlossen genau dann können wir gegen dich kämpfen auch und da oben rechts steht ja auch schon der kleine schlawiner oh jetzt wird er verdeckt durch die textbox nicht so flexibel wasser es drängt durch die kleinsten öffnungen und verschluckt ganze landstriche ich werde die seine macht demonstrieren okay tu das ich mach dich dabei mal platt und du kannst da in ruhe weiter deine reden schwingen ein enttäuscht ja dürfte eigentlich auch ohne große probleme funktionieren mit unserem holzgewein oh ja das ist doch schaden überflutung für abmacht ruhig mach du ruhig und der body check kaboom nice war greenhorn dann kommt jetzt noch ein star mir das kannst du auch machen ist kein problem für dich dann machen wir das holzgewein stamm ist ja schneller stamm ist bekanntlich relativ schnell reicht das ne das reicht nicht okay dann machen wir nochmal ein holzgewein und dann dürfte das passen kommt zu strahl muss das sein finde ich es nicht allzu geil muss ich doch zu geben aber ich komme durch sehr gut greenhorn regelt alles schon denn eine 50 jahre not passt doch ich war ein teuer setzungsvermögen der besten männer sind so gut wie wie benson hat sie glaube ich gesagt benson ist ja der arena leiter habe ich mir gemerkt so dann kriege ich das ding da unten weg alles klar ich wechsle mal auf blueberry kriegst du vielleicht auch noch ein level wer weiß ich strebe nach einem stil der klar wie wasser ist wo eine von der sorte also ja hab die neigung alles mit dem wasser zu vergleichen habe ich das gefühl aber na gut wenn ihr wollt ein barschhof setzt du ein ich hab's jetzt zu allererst verwechselt mit barsch war aber barschhof war ja was anderes ähm ich klemme es einfach weg würde ich sagen das sah ziemlich sehr gefährlich als das der gerade gemacht hat aber gut ja das ist doch ordentlicher schaden gefällt mir dann noch ein surfer boom risiko tech sieht echt heftig aus vor allem wenn es noch ein volltreffer wird aber das hat es natürlich nicht ausgehalten und tatsächlich level 51 wunderbar wunder wunderbar der surfer ist fehlgeschlagen oh mein gott jetzt kommt noch ein barschhof ähm ich hätte mir jetzt blondie einfach weil wir es können vielleicht kriegt blondie auch noch ein level up weil gewonnen hätte können wir ja nicht werden wegen unserer fähigkeit robustheit aber wir werden das mit steinkante definitiv one hitten und risiko teckel ja das macht sowieso total übelst monster viel schaden ach tschüss war nicht mit dir blondie hat einfach so einen riesigen angriff das ist einfach unglaublich ein azumarill ja gut das ist ein bisschen ein anderes Kaliber aber azumarill greift vielleicht physisch an kann ich mir sehr gut vorstellen von daher lasse ich blondie mal drin ja hydropumpe gut das war's mit blondie und auch nicht wow ok ja gut azumarill hat ja nicht die geilste spezialangriff wow guck mal blondie nice ist einfach so eine hydropumpe weggesteckt krass hätte ich nicht gedacht dann haben alle noch level 51 erreicht ist ja schön und krieg noch ein bisschen geld allen das geld aus der tasche ziehen so gefällt mir das du kannst den bei bis ich jetzt gar nicht wie ich da überhaupt rüber komme achso doch ich wüsste ich weiß wie naja so einfach nochmal so tests halber ausprobieren dann genau aber ich möchte ehrlich gesagt nochmal heilen gehen kann ich da einfach ja da kann ich ganz durch das ist doch schön dann möchte ich zuerst mal noch heilen gehen und dann kümmern wir uns eben um den arena leiter bändchen oh yeah mal gucken was der so auf dem kasten hat ich hoffe nicht allzu viel ja er hat ja wasser pokémon da ist ja greenhorn und blueberry sind da ganz gut dabei denke ich und er kann definitiv auch eine menge ausrichten er wäre auf jeden fall interessant ach kann ich jetzt hier direkt wieder weiter gehen das ist ja nett das finde ich nett wurde es gar nicht zurückgesetzt ähm so dann aber dringend noch kurz wechseln ähm ich denke mit greenhorn können wir nichts falsch machen also lassen wir es mal bei greenhorn und dann schöner als ich darfst du hier beginnst können wir mal so ein bisschen zusammen angeln gehen nach dem kampf und äh andere dinge egal hallo oh da bist du ja schon du siehst sehr stark aus na gut fangt mir sofort an versus benson oh yeah ein herausfall von arena leiter bändchen da kommt er direkt rein gestürmt in den kampf war eine coole animation finde ich oh 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 ein karikas das tut mir aber leid dass ich gerade greenhorn vorne habe denn charipers hat so ein bisschen eine vierfachschwäche gegenüber pflanzen und richtig schnell ist es auch nicht von daher hab mich gefreut mein lieber oh er hat es überlebt nicht schlecht muss eine richtig gute verteidigung haben wow du bist nicht schlecht danke dir danke dir ähm jetzt wird das vielleicht sogar heilen also mache ich nochmal das Holzgeweih jawoll nice 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 da bin ich dann theoretisch auch wieder direkt voll oder das ist durch der reich um mich voll zu halten ja ohne probleme dann machen wir den Rest mit einem Bodycheck boom ja rückschussschaden sollte er jetzt nicht allzu groß sein oh 2 kp aua 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 ein weilord ja kämpf mal weiter greenhorn du packst das schon das Holzgeweih kommt schon in die Hälfte vielleicht wäre ganz nice oh ja oh ja das ist mehr als die Hälfte Sprungfeder aber da haben wir eigentlich eine ganz gute Wahl dagegen und zwar könnten wir jetzt einfach Blondie reinschicken die wird die Sprungfeder problemlos abfangen im Gegensatz zu greenhorn bam bam ja es wäre sogar die Attacke komplett ab na gut das kann man natürlich auch machen Steinkante Steinkante sollte eigentlich auch fliegende Gegner treffen aber ich habe das Gefühl ich habe noch nie mit Steinkante entfliegenden Gegner getroffen aber es sollte doch eigentlich auch fliegende Gegner treffen beziehungsweise springende Gegner ähm na gut ich werde Attacke schon wieder ab nice läuft bei dir Blondie ja schlussendlich hat er mir gar keinen einzigen kp schaden gemacht alles klar ein Apokalypt ok Wassergeist die wissen wir jetzt da können wir ja den Stinger locker flockig einsetzen mit seinem Nachthieb wir werden hoffentlich einiges reißen wir könnten auch einen Cloudwetzer vorher noch reindrücken bin ich mir nicht so sicher ah diesmal die blaue Version eine Zwickwühle es gibt keinen Auswickler doch ich spüre dieses freudige Kribbeln ach ja spürst du es? oh Nachthieb boom oh yeah jetzt hat er noch eine Titusbeere alles klärchen Siedewasser kann uns verbrennen mit etwas Pisch das wäre nicht so geil schaffen wir das? ach komm Stinger I believe in you Nachthieb tötet es bam oh yeah das hat gereicht Apokalypt wurde besiegt aber wir besiegen Betzen ich bin beeindruckt ein feines Pokémon Team hast du da aufgezogen Respekt Trainer ja vielen Dank du siehst nicht nur sehr stark aus nein du bist es auch ich wäre vor Schreck fast umgefallen aber jetzt weiter im Programm du hast mich so aus der Bahn geworfen dass ich beinahe vergessen hätte dir das hier zu überreißen ich habe keine Ahnung wie der Ordner heißt aber wir haben ihn erhält den Wellenorden das ist der Wellenorden diesen Orden gibt es erst seit kurzem in der Einladenregion ist er nicht hübsch? na doch kann man sich durchaus angucken jetzt wo du alle 8 Orden hast gehorchen dir auch alle Pokémon ach stimmt die haben ja alle Orden jetzt das ging ja fix jetzt bekommst du noch eine TM von mir das ist Item Siedewasser oh yeah ermöglicht es dir Gegner Verbrennungen zuzufügen und wenn ein Standard Pokémon eingefroren ist kannst du es mit ihr wieder auftauchen so jetzt geh äh ich geh jetzt eine Runde schwimmen folg mir wenn du kannst äh ok nö kann ich nicht aber cool wie er da so weg schwimmt äh ja gut der hat auf jeden Fall Spaß in seiner Arena kann ich direkt nicht mehr springen also es war die hübscheste Arena von allen aber irgendwie nicht so die schwierigste war eher einer der einfachsten aber es darf ja auch mal sein wow du hast es geschafft jetzt gehört auch der letzte Orden dir du bist wirklich unglaublich eigentlich wärst du jetzt 3 für die Pokémon Liga aber vorher müssen wir uns um Team Plasma kümmern alles klar oh hä du bist doch gerade nach oben geschwommen hä äh bist du etwa ein Doppelgänger oh hallo Freunde und dieses Team Plasma von dem ihr da gerade geredet habt was sind das eigentlich für Kerle diese Aloken von Team Plasma haben das Pokémon meiner ach was sage ich sie haben die Pokémon unzähliger Menschen gestohlen der Plan ist es die Herrschaft über die Einallregion an sich zu reißen indem sie das Land in Eishüllen mit denen es nicht gut Kirschen essen hast du wirklich noch nie von ihnen gehört Benzen also das höre ich zum ersten Mal das Meer ist mein Zuhause solche Dinge interessieren mich normalerweise nicht aber ich bin immer offen für Neues genau wie der weite Ozean der das Wasser aller Flüsse mit offenen Armen empfängt das hast du aber schön gesagt ihr denkt also dass Team Plasma von Grund auf Böse ist richtig ähm ja einige schon aber einige auch nicht wie man gesehen hat die sind ja einige haben sie haben ja gecheckt dass das nicht so ganz richtig ist und sie haben sich jetzt gegen Team Plasma gestellt haben wir schon ein paar davon getroffen äh aber das aktuelle Team Plasma ähm denke ich schon dass das von Grund auf Böse ist verstehe deshalb kämpft ihr also gegen diese Leute ich rate euch euren Zorn in Worte zu fassen zuerst mal nur für euch selbst dann werdet ihr besser verstehen was ihr eigentlich erreichen wollt so genug geredet ja tschön ist dieser Kerl nur naiv oder scheitert sich vor Verantwortung aber so leicht lasse ich mich nicht entmutigen nicht solange Team Plasma da draußen noch sein Unwesen treibt nehmen wir all unseren Mut zusammen lassen zuerst herausfinden wo sich Team Plasma herumtreibt ja das hört sich nach nem Plan an am besten teilen wir uns auf mir tut ihr Rote 22 vor alles klärchen ok Rote 22 dann gucken wir gleich mal wo das ist meine Nase läuft mal wieder ist das nicht schön Karte ist das hier oben ja tatsächlich ok dann gehen wir in diesem Fall in der nächsten Folge wieder zur Rote 22 zurück wo wir einst mal trainiert haben mal gucken ob sich Team Plasma irgendwo herumtreibt und dann heilen wir uns noch ein bisschen oder würde ich sagen das war es für diesen Part von Pokémon Schwarz 2 in der Freak Challenge ich war noch kurz Stauder wieder mit ins Team damit er uns herum chauffieren kann voll der Sklamentreiber bin ich eigentlich ähm ja bitteschön ja und dann machst du es für diese Folge wir sehen uns beim nächsten Mal bis dahin macht's gut Leute und tschöp bitteschön 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 Untertitelung des ZDF, 2020